Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Indie-Game-Spiel und zwar Zero Sievert. Ja, das Spiel ist ein Survival-Spiel, ja komplett auf Englisch. Ich kann hier Reactions oder Controls, Video, Audio und also deswegen, wir gehen rein in Slot 1. Ah, der nächste Drücker. Äh, Equipment machen wir. Der Sniper, genau. Und drücken dann Start. Willkommen im Bunker, äh, to the Bunker Zero Zero. Drone, äh, das ist der letzte, äh, one of the last save in the Chaos. Also, das ist der letzte, äh, Ort in Chaos. Äh, in the police reaction. Also, man kann hier eine neue Mission annehmen. Tränen, Tränen, und man kann hier sein, äh, ähm, äh, managen seines Equipments. Äh, before you hunt, bevor du auf die Jagd gehst, äh, musst du halt, äh, explode the Bunker. Okay. Und euer Leefbunker ist not to train. Okay, man muss halt mit dem, äh, Lokführer, Tränen, da bin ich gerade, äh, auf ne Tasse gekommen. Äh, man sollte halt mit dem Lokführer quatschen und, ja, Barmann, um halt Mission anzunehmen. Und das ist halt mein Bunker. Okay. Also Bar, äh, Escape. Gut. F. Äh, ups, das wollte ich jetzt nicht. Task. First Aid. Accept. Ich soll einmal im Wald überleben. Okay. Mit WASD ist die Steuerung. Und F ist Craft. Repair Kit. Können wir nicht modizieren. Wir. Genau. So. Genau. Da ist unsere Sniper. Pistole. Schutzausrüstung. Bisschen Munition. Und Waffen. Reload. Und hier unten, wo jetzt der Cursor drüber ist, ist halt die Ammoanzeige. Heißt, wie viel Schuss wir haben. Und mit zwei wechseln wir auf die Pistole und die laden wir natürlich dann auch nach. So. So. Zoombar. Genau. Mit Linksklick habe ich einen kleinen Zoom. So. Und. mit Schiff. Mit Schiff. Mit Schiff. Mit Schiff. Ah. Mit Schiff. Äh. Rennen wir. So. Genau. Mit dem müssen wir sprechen. Aber. Der hat noch. Back Meals. Gut. Ähm. Halt. Nochmal. Materials. Achso. Bei ihm soll man dann. So. I rent you live. Kost null. Okay. Mh. Aber wir sollen ja im Forest eine Runde über die Pistole machen. Leben. Okay. Man kann also über den. Discord-Server. Dann halt so ein bisschen die Roadmap angucken. Das ist eigentlich super. So. Pre. So. Oh Gott. Wir haben gleich hier schon Strahlung. So. Hier oben ist unser. Äh. Wie. Äh. Stamina. Äh. Essen. Trinken. Und Strahlung. Ja. Ja. Auf. Cover. Ja. Son. Äh. Kill ihm. Wie. So. Na, habe ich beide? Ah, die Raben fressen den schon. Ja, die Raben. Gut, echt. Gut, wir haben Salz, links klicken wir das nach, Shift, okay, die Ammo, so, gut, da war kein Ammo mehr drin, so, in dem ersten, ja, ah, in dem zweiten, Feuerzeug, äh, Draht, was zu essen, oder, ne, Matches, okay, nochmal Ammo, und Unload, okay, äh, kann ich die noch tragen, ja, kann ich noch, hm, gut, Ammo haben wir eine Map, okay, wo sind wir, wir sind da, und da ist der Extraktionspunkt, oder weiter nach oben. Hm, 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 gut. Hm, ich sollte mal U-Laden. So. Äh, das ist eine große Gegner-Base. Da habe ich jetzt kein Bock, mich mit denen anzulegen. Äh, das Helle ist das, was ich, äh, benutzen, also da ist meine Sichtlinie. Und, hm, Ausdauer verbraucht, äh, springt, und das Grün ist nämlich unsere Ausdauer. Und, ja, noch eine ganz große Gegner-Base. Natürlich schleiche ich mich daran vorbei, weil mein erster Ausflug sollte mich ja nicht gleich, äh, ins Grab bringen. Ja, auf zwei, die Pistole. Ja, hier wird schon wieder geschossen. Oh, fuck. Äh, tap, schnell eine Bandische, weil mit Blutpunkt eins, äh, mag ich nicht, so, ganz gerne rumgehen. Und ich muss einmal reloaden. So. So. Reload. So. Wir haben... Wir haben Fell. Was deckt sich da? Oh, man. Wir müssen nämlich aufpassen, weil die Leute... sind... 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 hier nämlich auch unterwegs... um... um... äh... äh... den... ... 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 Ansonsten hätte ich es mal probiert, aber nee, danke. Das ist mir schon ziemlich stark. Oh Gott, ich habe noch einen ziemlich weiten Weg vor mir. Ah, hier wird schon wieder geschossen. Oh Gott, Strahlung, wie hoch? Ah, nur zum Eis, das hält man schon etwas aus. Okay, das ist auch noch nicht. Ah, ich mag nicht so ganz gerne Schüsse hören. Ja, genau bei so einem großen Bereich mag ich erst recht nicht. Okay. Okay. Okay, tut mir auch leid, dass ihr nur knappe 20 FPS habt. Freier Spiel ist wohl darauf ausgelegt, ziemlich intensiv zu sein, obwohl die CPU sagt. Alles im grünen Bereich. Ich gucke mal gleich noch in den Einstellungen, ob ich das ein bisschen optimierter hinkriege. Oh Gott sei Dank, gib mir die Bohr mit Deckung. Weil, das ist schon wieder. Oh. Okay. Wo bin ich? Okay, ich bin jetzt fast an den Map. Ich muss an den Map dann. Wie hoch ist die Strahlung? Oh, noch 0,2. Nee, hier in der Nähe sind. Könnte. Gefährliche Sachen sein. Da, wo es so ein bisschen Feuer hat, möchte ich ganz gerne ausgerichtet sein. Oder schnell durch. Oh, da bin ich aus Versehen drauf gekommen. Gott sei Dank ist das... Habe ich es jetzt geschafft zu entkommen. Nein. Ja, 54. So. Genau. Ah, dann hat er nur so leichte Probleme gehabt wegen dem Rendern des Waldes, weil ich hier in der Hauptbasis sind wieder genug. Äh, ups, da wollte ich es nicht hin, ich wollte hier rein, äh, nicht konsumt, ähm, Tutorials, Movement, VSD, Shift, Fingertory, ähm, Control, okay, ähm, das ist Steuer, äh, Flag, Settings, Videos, ich lasse, äh, das ist der Name schon mal los, vielleicht hilft das. Ah, jetzt. Ah, jetzt geht's viel einfacher. Äh, so. Damit habe ich nur noch 8 Kilo, okay. So, dann unterhalte ich mal mit dem, genau. Ähm, entweder Medizin, Munition oder Kochen. Ähm, ich nehme Munition. Zept. Hä? Ach. So, Tasks. Zept. Äh, man muss jetzt... äh, Back, Back. Trade. Ich brauche Wasser und, ja, was zu essen. So. Weil, man hat schon so leichten Durst und man hat so leichten Hunger. Ah. So. Ah, hier ist ein. Hier ist ein Bad. Wir machen mal so drei Stunden Schlaf. Jupp, es hat uns schon gut geheilt. So, dann Tab, äh nein, E für Inventorik, Escape, nein, Shift ist zum rennen. Okay, Reload, okay, K ist Zoom, ah, J habe ich gesucht, genau, für, äh, Eliminate fünf Banditen und im, okay, oh, Okay, halt, hatte ich nicht mehr, ah, hier in der Krankenstation, ähm, Task, Rezept, Trade, das sind Repair Cates und so, ähm, Neue Ausrüstung, Waffen verkauft er nicht, ja, gut, das Hunger habe ich auf 84, das geht noch. Hm, ey, ich wollte nicht, so, dann mit ihm auf den Forest. Und jetzt hoffe ich mal, dass ihr es ein bisschen besser habt, weil ich habe ja schon die Settings runtergeschraubt. Und jetzt hoffe ich, wir haben das, was wir machen jetzt. Vielen Dank. Oh, da war ich schon etwas abgelenkt. Tut mir leid. Okay, das kennen wir ja. Space. Ja, Taste. So. Jetzt müssen wir Wölfe und Banditen. Ja, verdoppelt gleich mal die FPS für euch. Das ist schon mal gut. Erstmal Map. Hier sind da unten. Da ist ein Extraktionspunkt. Da oben. Okay. Und da oben sollen auch Schüsse. Das heißt, da oben könnten... Ah. Hier könnten auch Banditen drin sein. Und... Es sind... Keine. Oh. Okay. Okay. Äh, was... Oh. Use. Okay. Das habe ich... Gut. Alles. Okay. Dann habe ich das hier schon gelootet. So. Gut. Da kann nichts drin haben. Oh. Scheiße. Oh. 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 Okay. Das waren schon wieder zwei. 28 Amor. Oh. Oh. Das war... Äh, okay. Noch mal ein bisschen... Oh, ne Schockgarn. Die tut weh auf... Na. Uh. Gott sei Dank. Äh. Jo. Den hat's zerfetzt. Jetzt hab ich schon ein Übergewicht. Ja, zwei Kilo. Oh, ich muss dann gleich noch was essen. Scheiß, die waren da eine riesige Lagerhalle. Okay. Reload. So. Na komm. Munition. Hm, ne. Ey. Die Waffen lass ich mal... ...da stecken. Zumindest erst mal, damit ich... ...nicht so... ...über... ...lein. ...und... ...so... ...das waren... ...die Banditen. ...mhm... ...mhm... ...ok... ...mhm... ...und... ...okay... ...da hab ich jetzt die Ammon mitgenommen. Hm... ...Mhm... ...T-Beutel... ...und... ...ok... Das ist eine bessere Rotation. So. Ja, gut. Zwei. Gut, damit muss ich zwar sehr nah ran, aber und Wölfe können dann auf nahe Distanz schnell erledigt werden. So, was hat der? Äh, Moni, Moni, oh. Er hat ein Scharfschützengewehr. Komplett. Okay, was ist in der Box? Okay. Okay. Ammo. Äh, ich hab Materials completed. Konsum. So, und... Und so. Jupp, ich hatte wohl wirklich schon... Jupp, 3 und 8 sind... Eigentlich will ich jetzt noch nicht... ...mhm... 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 Okay, was haben wir? Scrap Metal und ne Gabel. ...mhm... 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 ...gut. Glaube ich halt jetzt... ...ein bisschen überladen. Aber... ...aber... ...das ist mir lieber... ...mhm... ...okay. Okay. Okay, ist eine Rabe. Äh, was haben wir hier? Ein Rohr. Äh... Oh, da pickt er was aus der Leiche. Das heißt, da ist nochmal Loot. Akkuschrauber, Draht. Äh... 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 ...ja... ...wenn ich hab ja mehrere Quests. Na, was hast du? Okay. Okay. ... ... ... ... Okay. Äh... ... ne, die klein... ... Nee. Oh, ab einem bestimmten Gewichtspunkt kann man sich nicht mehr bewegen. Okay. Dann konsumieren wir mal die Milch. Ja, gut. Ich bin genau in der Nähe. Gut, dann aber schnell hier raus. Mit so gutem Equipment würde ich ungern jetzt sterben wollen. Weil man verliert nur das, was man mitgenommen hat. Aus der Quest. Also ins Überleben rein. Ja, wenn ich halt noch Wölfe treffe, dann versuche ich die auch noch zu eliminieren. So ist es nicht. Aber ich bin nicht krampfhaft auf Suche nach den Wölfen. Sondern eher krampfhaft darauf, hier zu entkommen. Dann halt beim nächsten Mal die Wölfe zu töten. Dann schreit das Haus nach meinem Namen, dass ich da doch noch reingucken muss. Ich bin nicht krank. Ich bin nicht krampfhaft. Ich bin nicht krampfhaft. ein kilo also wenn die stats maximiert sind dann kann man ein bisschen mehr tragen aber auch nicht zu viel muss ich jetzt beim gleis weiter rein ich muss nur nach oben gott sei dank 126 erfahrung dann erst mal daraus dass man du brauchst zwölf mal siebzig du bist zwölf mal siebzig gut du brauchst 7,6 nein du kannst raus 7,62 7,6 2 zweimal ne nein doch das ist 7,6 da ist mir was runter gefallen so ich habe nur 8 kg im gepäck was ist das 9 mm die kann raus weil ich benutze ja jetzt noch eine schrotflinte als nahkampf jetzt wird es ja auch draußen dunkel das möchte ich euch nicht antun mit der richtigen ausrüstung weil man es sieht überhaupt nichts jetzt äh 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 noch mal 10 stunden schlafen okay ich habe hunger ich habe dorst so Oh, so, Trade, na klasse, der hat nur noch eine Milch, und Zigaretten, oh, ich habe noch Sachen abzulegen, das sehe ich gerade, und zwar Dart, und Dart, was sind denn das eigentlich, Smartphones, ok, ok, ja klar, 1400, für jedes Smartphone, Jo, Ammo, Ammo, ok, da habe ich, gut, ich kann das leider machen, und dann heißt es, jetzt noch auf die Jagd nach den Wölfen zu gehen, so, und jetzt muss ich gezielt auf Wölfe gehen, weil das ja dann die, äh, letzte Mission, äh, der letzte Task ist für die, ähm, Mission, für die zweite Mission, dann bekommt man auch wieder genug Geld, und, ja, Ja. 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 so dann geht es weiter mit ok 6 uhr morgens ist zu dimmerlich ist in ordnung hoffe ich zumindest für euch muss ich nicht gehen ich muss auch wölfe ok Fitness Level 1 und man kann auch Stats trainieren indem man sich halt rum bewegt so 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 verdammt ja ich habe nicht mehr gesehen dass ich keine Munition mehr habe und somit wurde ich sehr schnell erschossen ja so 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 dann geht es weiter mit einer neuen Runde so 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 okay man muss ja aber auch wirklich auf alles aufpassen trade has has ha ich bekomme noch 800 navi navi das für die ja jup ich habe noch bisschen mehr money bekommen jetzt jetzt aber raus f forrest noch meine runde versuchen wenn man stuck ist soll man die feiltasten benutzen und und nicht mit wer ist ach du scheiße es ist ja auch erst mal eine möglichkeit erst mal da drauf zu kommen ach egal neue runde neues glück so und ich trinke kurz was kommen gleich wieder glück Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich wurde ja dann erschossen. Stimmt ja. Oh, ich war schon fast beim Extraktionspunkt. Ja, ich war schon fast. Oh, ich war schon fast. Oh, ich war schon fast. Oh, verdammt. Wenigstens noch gekillt. Also, man kann auch durch das Killen von Gegnern schnell selbst gekillt werden. Oh, man. Mann, Mami, hey. Na komm, bisschen. Ach ja, es ist ja immer, wenn, random generierte Maps sind das ja auch immer. Das sind ja auch das Gute. Deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Wenn nicht, schreibt mir auch mal Gründe, warum nicht. In die Kommentare oder wenn ihr im Live-Chat dabei seid, ganz gerne auch da. Falls ihr Tipps und Tricks für mich habt, auch ganz gerne in die Kommentare. Und eins kann ich euch auch sagen, das Spiel ist in der Early Access. Also, das Spiel ist nicht komplett fertig. Okay. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Wie hoch ist meine 0,8? Okay. So. Das waren drei der fünf benötigten Wölfe. Erst hat man Fleisch geklappt. Der zweite hat Fell und Fleisch. Fleisch. Und der dritte. Fleisch und Fell. Oh. So. Das war Wolf Nummer vier. Du bringst mir Fleisch und Fell. Okay. Jetzt fehlt mir noch ein Wölfchen. Dann ist der Task auch completed. Okay. Jetzt fehlt mir noch ein Wölfchen. Ach, das ist nur ein Hesen. Ich hab gedacht ein Wölfchen. 0,12 und 15. 0,15. 0,15. 0,25. Oh! Äh... Schnell verbannt. Und... Oh! Plus 50%. Ne, helft. Plus 50% doch. So. Yo. Das war gut. Der Typ hat... Oh! Einiges. Hm... Draht. Oh, eine leere Wasserfaschel. Eine Axt. Schraubenschlüssel. Ammo. Und... Die war nicht... Äh... Halt. Kann ich die noch mitnehmen? 15. Ja, kann ich aber trotzdem noch. So. Ähm... So. Die Arme hilft auch gegen Strahlung. Gut. Genau. Einen Wolf brauche ich nur noch. Na, kommt schon. Gibt's doch jetzt nicht. Unten waren... ...schöne Wölfe. Und hier oben im dichten Wald... ...sagt die jetzt Nö oder wie? Äh... Verdammt! Verdammt! Okay, man sollte da... ...doch nicht hingehen. Verdammt! Jetzt sind genau die... Äh... Jetzt muss ich schon wieder Wölfe suchen. Ey... Das... ...ist meine eigene Dummheit gewesen. Das... ...wölfe... Dann muss ich jetzt mal den Stream beenden, ich hoffe der Folge hat euch gefallen, wenn ja, lasst euch ein Like da, falls ihr Tipps und Tricks habt, ganz gerne in die Kommentare und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.